Da sind wir jetzt auf der Suche, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Format für Herrn Hehn? Was sind denn die Rollen, die seiner Statur entsprechen? Landarzt. Inga Linström. Bergdoktor. Wildlife Natursendung. Wir machen eine Kochshow. Ein Sascha Hehn, den vielleicht noch niemand kennt. Ein Fall für zwei. Schwarzwald Klinik. Hab ich da eben Traumschiff gehört? Eine Doku-Suppe. Und jetzt das Heute-Journal. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Nein, das Publikum will mich so nicht sehen. Der Meinung bin ich. Dann müssen wir uns was Neues überlegen. Man muss halt auch gucken, was der Zuschauer sehen will. Es sei denn, Raumschiff Enterprise wird neu gemacht. Er hat mir gestanden, dass einer seiner Kinderträume ist, einmal als Kapitän von einem Raumschiff in einem Film mitzuspielen. Das wollte ich immer. Ich wollte immer durchs All fliegen. Als Captain Kirk. Verliebt durchs All. Ja, ich hab mit ihr drüber geredet, aber sie ist ja immer so, sie will ja nur immer diese Sachen machen, die dann so bei Arte erscheinen und so irgendwie, wo so gar keiner hinguckt. Und die Billie hat sie immer so mit dem Anspruch. Ich weiß gar nicht, was sie mit ihrem Anspruch hat. Ist ja auch langweilig, muss man mal ehrlich gesagt sagen. Wann laufen diese Nachwuchsdinger hin? Irgendwann gegen Mitternacht, dann, wenn keiner guckt. Und wenn keiner guckt, ist es auch kein Fernsehen. Vielen Dank. Vielen Dank.